Herzlich Willkommen im Channeling Kongress. Mein Name ist Stefan Hermkes. Ich bin Medium, spiritueller Trainer und Heiler. Und in diesem Video möchte ich gerne mit dir in die geistige Welt gehen, damit du deine lieben Angehörigen triffst und dich vielleicht auch mit ihnen austauschen kannst. Bevor wir jetzt die Meditation starten, würde ich dich bitten, dass du dich einfach in einen Raum zurückziehst, wo du wirklich Ruhe hast, wo du dich entspannen kannst. Vielleicht stellst du dir noch ein Räucherwerk dorthin, lässt irgendeine schöne Musik dich in der Meditation begleiten, sodass du auch wirklich gut in die Schwingung reinkommst. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist, dass du in der Zeit nicht gestört wirst. Dann nimm eine bequeme Sitzposition ein, schließe die Augen. Atme nochmal tief ein und aus und fühle einfach so, wie es dir gerade geht aktuell. Auch wenn du ein bisschen aufgeregt bist, ist das vollkommen in Ordnung. Und wichtig ist auch, dass du nicht in irgendeine Erwartungshaltung reingehst, dass du da mit Druck reingehst, dass du irgendjemand von deinen liebenden Verstorbenen jetzt unbedingt sehen möchtest. Je leichter und gechillter du reingehst, umso besser wird es auch für dich, sodass du auch alles in der geistigen Welt wahrnehmen kannst. Stell dir einen wunderschönen Tag vor. Ein Tag, an dem die Sonne scheint. Du fühlst dich wohl und freust dich jetzt auch mit mir zusammen, die geistige Welt vielleicht das erste Mal betreten zu dürfen. Und wenn du nach links schaust, dann siehst du ein großes Tor in der Ferne. Es ist dein Tor zur geistigen Welt und es kann zum Beispiel aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz oder Metall. Vielleicht in einer ganz besonderen Farbe, die dich anspricht. Vielleicht sind auch Gravuren darauf eingeschnitzt. Und du gehst auf dieses Tor zu... Vielen Dank. Und du gehst die lasten keer zum Beispiel.